Herzlich Willkommen bei Match me if you can! Frage 1. Wer kennt sich im Fußball besser aus? Jesse ist routinierter in Brasilien, aber ich weiss nicht, das ist wichtig oder nicht. Ich kann mich als Cheftrainer, ich bin Co-Trainer, was soll ich jetzt sagen? Ich fahre in Vierlander, wir haben Meisterschaft. Frage 2. Wer verliert schneller mit dem Schiedsrichter die Geduld? Ui, ui, ui. Komm, du weißt meine Antwort! Hast du das letzte Spiel gegen Sturm gesehen? Eigentlich war nicht so schlecht mit den Schiedsrichtern. Ich habe die Geduld mit unseren Spielern verloren. 15 Minuten, da hast du ein Problem mit der Coaching-Zone gehabt. Ich spreche mit unserer Gemeinschaft, wenn die Jungen sagen, hey, bitte. Ich habe mehr Gäbel. Ich habe mehr Gäbel. Gäbelkarten, du hast viel mehr Gäbelkarten. Ja, schon, du hast Beweis. Victor, kann ich sagen. Statistik, wie viele Gelbe hast du in der letzten Saison? Sieben? Ich habe eine. Nein, nicht sieben. Sechs. Frage 3. Wer ist der Fittere? Frage 4. Wer kocht besser? Frage 5. Wer ist besser im Bügeln? Frage 6. Wer ist das größere Party-Ungeheuer? Frage 5. Wer hat wen bei der Meisterfeier nach Hause gebracht? Wer hat wen nach Hause gebracht? Frage 5. Aber das war das Problem. Ich mache das nicht so viel. Ich habe große Einwahl und dann ist viel zu gut. Ich kann sagen, in der Meisterfeier, ohne Franky, ich bin jetzt gestorben. Er hat gesagt, Franky, you are my hero. Also ich habe das falsch. Okay, wir können beide Siege feiern. Nein, aber ich habe das. Ich war sicher, ich war das falsch. Frage 7. Wer kann besser tanzen? Aber ich glaube, ich bin besser. Er ist mehr Standardtanz, ich bin mehr Latein. Aber dieses Mal fahre ich nur in den Kopf von Franky. Ja, das ist sein Job. Nein, nein, nein. Nein, ich habe nichts. Ich war es nicht mehr einkaufen vor fünf Jahren, denke ich. Aber es ist okay. Frage 10. Wer ist der strengere Papa? Ich bin nicht sicher. Ja, das kann sein. Ja, er ist so liberal. Er ist schon sehr... Meine Kinder sind älter auch. Ja, stimmt. Ja, es ist... Wenn Sie sind Juni, es ist... Einfaches zu sagen, schwarz-weiß. Wenn Sie sind älter... Sie hören nichts. Frage 11. Wer kassiert mehr Verkehrsstrafen? Ja, er ist so schnell. Er ist verrückt mit Autos. Nein. Ich bekomme mehr Strafe, weil ich verstehe nicht, was die Blitz sind und alles. Aber du bist viel schneller. Nein, ich fahre eine Stunde in die Arbeit. Das ist das Problem. Sonst fahre ich eine Stunde fünfzehn. Nein. Er ist wie... Er denkt Speed Racer auf dem Platz. Nein, nein. Ich brauche den Führerschein, sonst kann ich den Job wechseln. Frage 12. Wer spielt im Training häufiger mit? Beide, aber ich tue es nicht. Ja, es ist mehr abhängig zu Verletzungen. Ich habe keine Verletzungen. Franky hat immer. Frage 13. Wer spricht mehr Sprachen? Was ist Sprachen? Was bedeutet das? Languages. Ja, wir sprechen dieselben. Ja, aber... Wer ist besser mit diesen Sprachen? Ah, du... Okay. Schon? Nein. Du sprichst so gut Englisch. Aber Französisch ist besser. Ja, Französisch ist besser. Mein Englisch... Ist mein Englisch so gut wie dein Deutsch? Nein. Ja, ich glaube so. Du hast ein besseres Deutsch wie mein Englisch. Aber vielleicht... Ich habe ein bisschen... Du hast Latein nicht in der Schule gehabt, oder? Ja, ein bisschen Español. Ja, ich... Letting. Frage 14. Wer ist der Intelligentere? Ja, was ist das für eine Frage? Ja, aber studiert in wo? In Harvard? Ja, ich hatte eine gute Ausbildung. Ich hatte eine gute Ausbildung. Wo hast du studiert in? Princeton. Princeton, so? Ja, Princeton. Aber das ist unabhängig zu der Situation. Aber Frankie ist nicht ein dummer Tuch. Sicher. Er ist intelligent. Und Frage 15. Wer schaut mehr Fußball in der Freizeit? Ich darf nicht. Meine Frau verbietet mir das. Und seine Frau war Fußballerin. Nein, nein. Sie war nicht Fußballerin. Sie hat Fußball gespielt. Sie ist jetzt. Sie muss immer schauen Fußball. Das ist das. Ist das gut? Ein guter? Super. Super. Super.